Hallo Maike, grüß dich. Hi James. Das ist hier meine kleine Kochschule. Kochen hier bei Poletto geht nur mit Poletto-Schürzen. Ein Knorrhahn, der sieht ja eigentlich aus wie aus dem Bild. Bei uns hat in der Familie Essen und die Liebe zum schönen Wein immer eine große Rolle gespielt. Kochen ist für mich eigentlich eine Mischung aus Kunst und Handwerk. Wer das Handwerk nicht verstanden hat, der kann auch keine Kunst auf den Teller bringen. Deutsches Handwerk steht für mich absolut für Qualität. Ob es vom Brotbacken bis zum Messerschmiede ist und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesen Ruf immer beibehalten und uns möglichst nicht in irgendeine billig und schnell Nummer ziehen lassen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.